Sonntag, 20. Februar, 13.30 Uhr, Max-Morlock-Stadion, 1. FC Nürnberg gegen Darmstadt, 98, 1 zu 2. Christian Martina, Constantos, Mafobunus, Asger Sörensen, Tim Hinderger, Fabian Nürbäger, Oliver Sorg, Hanno Binnis, Patrick Erras, Nicola Daviden, Michael Frey, Robin Haag, Michael Zuhin, Nicolai Raab, Matthias Badderch, Fabian Holland, Gario Durmig, Victor Person, Tobias Campey, Sung Joak, Matthias Hunsag, Panik, Sarg, Seedertur Sonn, 22.53 Uhr, 25.53 Uhr. Frau Krugje. Frau Krugje.